Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Devolve mit dem Deji. Ja hallo. So, ich weiß, woran das lag hier. Ja. Aber Receive Only, er gibt doch noch Strom ab. Anscheinend zu wenig, ne, das kann ja nicht sein. Warte mal, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Zu wenig kann nicht sein. Ja, das kann doch nicht sein. Die ganzen Energiezellen hier oben sind voll. Bis zum Rand. Ja gut, das ist natürlich, ist schon ein Argument, ne, ein erschlagendes, aber. Immer dieser Portraum hier, wo irgendjemand hinter der Mauer ist. Ach, jetzt kann ich ja gar kein Mabel da rausholen. Ach, scheiße. Strom, safe. Hä, was, hä? Irgendwas ist jetzt gerade gar nicht in Ordnung. Das ganze Ding. Weil das Strom hier rein, das geht da hoch und von da aus, dass du eigentlich weitergeleitet werden. Das hier ist ja der safe. Von wo, wo bist du denn? Hier drüber oder was? Eine über dem Raum oder was? Oder? Ja, ich bin über dem M.E. Das heißt, hier ist Stromabgabe. Das muss Stromabgabe mit Zerroni sein. Ich komme wirklich raus. Muss, und der da unten, muss jetzt auf... Ach, was mache ich denn hier? Es gibt doch einen Travel Anchor zum Dach, ne? Abgabe... Habe ich noch nicht dran gewöhnt. Tief. Jetzt, jetzt gibt Gas, Kollege. Ja. Ganz genau, so, ja. So ist fein. Geht jetzt? Ja, läuft, ja. Lol, dafür bin ich hier rauszukommen extra, krass. Boah, ist das hier am Ruckeln. Da bin ich froh, wenn wir hier wechseln. Aber guck mal, jetzt sind nicht alle M.E. Drives auf einmal an. Wie geht das denn jetzt? Ja, keine Ahnung, hier. Gehen wir einfach mal alles raus und verteilen die noch ein bisschen. Ich bin noch ein paar Lücken frei. Ich habe die leeren Festplatten noch rausgenommen, letzten. Da, wo wirklich gar nichts drauf war. Ja. So, waren das alle? Sieht so aus, ja. So, jetzt aber wieder ab zum Leuchtturm. Ich baue nämlich jetzt quasi den Auslauf davor. Auslauf? Ja, so oben, so ein Kranz, weißt du? Ja. So, drumrum, so, ne? Das ist der Leuchtturm, ja. Also, er ist auf Extract mit einem Basic-Item-Filter zu Yanid. Ja, genau. So, und hier ist In-and-Out in Yanid. Extract, Tutonium und Helorium. Ist auch richtig, always active. Hier ist der Leuchtturm im Portbus. Aber eigentlich, eigentlich sollte hier auch noch der Plutonium rein. Ja, Sebastian schafft das schon noch. Eigentlich muss da auch noch Plutonium rein. Jetzt habe ich wieder Hunger, weißt du? Ach. Verwandle ich mich in den Raben, der hat keinen Hunger. Also, er gibt aber auch ab. Eigentlich müsste der Reaktor jetzt schon was bekommen. Warte mal, jetzt muss ich aber gerade noch mal was gucken. Wo ist denn hier irgendwas Fliegendes? Ein Reaktor ist safe. So, Fledermaus. Mir fehlt ein Tesseract oben. Da war der Fail. Jetzt weiß ich, wo der Fehler ist. Okay, noch ein Tesseract. Deswegen hatten wir auch nur so viele MME. Weil ein Tesseract fehlt? Ja. Ach, lol, okay. So, ich ziehe erstmal schön hier in die Länder drum gleich. Warum mache ich eigentlich keinen Travel Anchor genau darüber? Dann muss ich doch nicht jedes Mal in diesen verkackten Weg fliegen. Jetzt soll ich da glaube ich auch nicht mehr ändern. Jetzt ist das auch wurscht. So, und. Bam. So, das ist jetzt um save, receive. Geht hier durch. rumabgabe, senden. Genau, von da aus wird alles abgegriffen. Ja, gut, dann passt das. So, jetzt komme ich zu dir gefließt, ey. So, jetzt mache ich hier noch einen Klotz dran hier, so. Oh, noch einen mehr eigentlich, scheiße, ey. Mal gucken, wie hoch du jetzt bist. Bei 10 Minuten oder so nicht mehr da. Jetzt komme ich da wahrscheinlich gar nicht mehr rein. Das kann, kann durchaus sein, Sebastian. Aber da ist auch unten ein Loch an der Wand. Da, den, da, oh. Ja, ich muss noch ein bisschen, oh, sehr nice. Ich muss mal gucken, dadurch, dass ich halt später oben alles gleichmäßig habe. Das sieht aber echt gut aus. So. Oh, hier schiebt man ja richtig Optik, wenn du hier rein springst. Ja, allein schon, weil es so hoch ist, ne? Ja. Ja, Jetpack wäre jetzt echt angenehm. So, wenn man hier so, so reinfällt, so. F1, so. So. Alter. Warte hin. Crank, ey. Kriegst du jetzt hier was? Oder hast du irgendwelche Anfälle? Ich habe keine Ahnung, was der hier veranstaltet. Vor allem, die Wolken ziehen ja auch schon da durch. Was ist denn, wenn ich jetzt? Was, wer wo veranstaltet? Boah. Was denn? Was ist? Oh ja, das läuft, Alter. Ja, 300, 380 Kilo, ey. 380, 400 jetzt leicht. Boah. Ja, der geht gut ab, ne? Ja, aber ich verstehe gerade nicht, wo. Boah, bin ich dumm? Ja, ist, ne, gar nicht. Das hatte ich doch schon richtig eingestellt. Das muss raus. Das ist ja der Zyanid. Aber wie schnell dir das bekommt. Ja, so krass. Ja, aber vom allerfeinsten. So, warte mal. Hier muss das raus. Hier geht das auch rein. Aber hier muss ich wahrscheinlich einstellen, was da rein soll, oder? Ich glaube schon. Da habe ich keinen Itemfilter mehr. Nein. Haha. 413 Kilo AF. Okay, das ist aber auch noch nicht alles, ne? Ich mache den wieder aus. Der produziert nämlich gerade für nichts. In and out. Always active. Always hardcore. Itemmode send receive, ja. Boom, boom. Alles falsch. So, das lasse ich erstmal so. Ich würde hier so gerne noch einen dran machen. Ich habe irgendwie auch keinen Bock, hier noch einen dran zu machen. Er schluckt das einfach direkt. Deswegen läuft der auch. Okay, ich glaube, die Kiste drüben ist einfach voll. Das ist ein bisschen problematisch. Ich glaube, da unterteile ich die Kisten. Weil sonst haben wir ein Problem. Weil dann staut sich das. Meinst du? Ja. Ja, gut. 100%ig. Dann macht das lieber, Sebastian. Auch drei Stück. So, was baller ich denn jetzt hier außen noch für den Rand drum? Okay, Moment. So ein Creeperrand? Oh. So ein Creeperrand? Oder im Wechsel? Creeperrand und nicht Creeperrand? Nee. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Nee, das ist auch zu viel Fummelei. Okay, Moment. Also das ME sagt jetzt hier von wegen... Ey, das Ding im Slayer. Ja gut, aber auch nicht ewig. Mit dem E sagt Zeus hier rein. Und zwar beides. Plutonium und Gelorium. Das ist ja auch in Ordnung. So soll das auch sein. Warte, ich geh mal kurz raus. Wieder rein. Ja, geht zum Glück schnell. Der alte Gag. Und hier müsste dann halt noch eine Kiste hin. Wie schön leise es ist, wenn es nicht regnet. Moment, da kommt die da hin. So, zack, zack. Dann machen wir das. Ja, das ist jetzt doch scheiße. Ach. Jetzt baut er mir wieder die falschen Blöcke hin, ey. Entschuldigung. Ich hab da noch welche. Ja, vor allem, ich hab noch voll viele. Der legt mir immer trotzdem die andere Scheiße nach, ey. Weil alles Geschirr so so warm ist, ey. Spacken. Also, Zeus geht alles hier rein, ne. Geht dann da hin. Dann bräuchte ich hier nämlich auch keinen Itemfilter. Ist das scheißegal. Sonst wenig bräuchte ich da hin. Da ist auch keiner. Expekt. Richtig. Und? Richtig? Doch nicht. So, davon bräuchte ich keine mehr. Wenn ich jetzt hier Insert mache, bräuchte ich einen Itemfilter mit. Ja, neat. Was anderes soll da nicht rein. Okay. Boah, hier nur Ränder bauen ist gerade so stumpfsinnig, ne. So. Aber muss man leider machen. Muss ja später schön sein, ne. Das stimmt. Und hier ist schon wieder ein Skelett, was auf mich schießt hier oben, ey. Da kann ich nicht draußen, das ist doch egal. Also Insert ist richtig. Ich meine, von außen sieht das ja nur ganz gut aus, das Haus. Nur halt ein bisschen abgewohnt, ne. Dann müssen wir die Itemdusche noch hier rüberbringen eben, ne. Welches Hardcore. Warum geht das jetzt nicht? Hallo, wo ist denn meine Hand hier? Ähm. Insert. Da ist nur Insert. Wo ist meine Hand? Und so hier, Insert. Nein, ey. Hääääh. Das ist eigentlich voll unnötig hier mit der Zwischen- Das kann doch direkt da rein. Warum legt ihr mir denn die Stadt nach hier? Affe, ey. Ne, Leute? Warum einfach, wenn ihr doch kompliziert geht? Ja. Ganz im Ernst. Echt. Einfach kann jeder. Oh, wie hab ich das denn hier jetzt gemacht? Bunkanui. Was? Da unten? Ja. Nein. Doch. Da fehlen uns ein paar Dinger. So, und ich... Ach, du bist doch ein richtiger Affe. Und ich mach gerade... Such den Fehler in diesem Bild. Okay, ich muss hier noch einmal ein dran bauen. Ach, mein, fresse ich. Kack ab. Da bin ich gerade hier hin. Passiert direkt sowas. Tja. Ich glaub, ich kack im Teich, ey. So, Moment. Ich mach... Ich mach eben ein paar Bitten. Mach sie hier hin? Ja. Eins. Zwei. Wobei, eigentlich eins reicht, falls sowieso nur noch wir beide zocken. Ja, ne? Ach, boah, bin ich dumm. Jetzt hab ich das, was ich eigentlich haben wollte, gar nicht mitgenommen. Moment. Halt, stopp. So, der ist noch falsch hier. Boah, das hat alles symmetrisch. Wird auch, ist immer so ein Hirnfick, ne? Ähm... Ne, so ist super falsch. Reaktor... Warum hat denn da Control? Wie viele waren das jetzt? Egal, ich mach einfach ein paar... Ein paar Stück. Wird schon reichen. Ne, wie sie sind denn... Ich hoffe, das wartet. So. Ähm... So ist halt jetzt richtig, ne? Ist das so... Boah, ist das so symmetrisch? Noch nicht ganz. Überall diese Gegner, ey. Boah, ey, ich hab grad so Standbilder, ne? Heftig. Ja? Ja. Boah, jetzt hab ich hier vier falsche Blöcke platziert, weil er wieder so behindert nachgelegt hat. Der Spacken, ey. Achso, vielleicht ist das gerade, weil du baust. Kann natürlich sein. Meinst du? Ich benutzt den Bilderswand, ja. Ich benutze den Bilderswand gar nicht. Okay. Dann ist er dann irgendwas anderem. Auf jeden Fall hakt's. Ich glaub, es hakt. Was ist denn hier? Hallo, Minecraft, kommst du klar auf daneben oder brauchst du Hilfe? Ach, wie hab ich das denn hier? Jetzt hab ich das doch vollkommen unsymmetrisch gebaut hier, oder? Da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei. Die Reihe passt schon mal. Also irgendwas ist hier gar nicht in Ordnung. Vor allem, wer irgendwas mit der CPU, würde mir sogar OBS Bescheid sagen. Ja. Komisch, ne? Was? So, der muss hier weg. Okay, mein Memory, der rastet richtig aus. Ist bei 80%. Okay, doll. Bei 90, 90. Irgendwas ist hier gerade richtig, äh... Oh, oh. Hart am Ballern, keine Ahnung. So, ich mach jetzt erstmal alles zu hier oben, was ich... Okay, jetzt, jetzt hab ich die hohe CPU-Auslastung. Wovon? Das ist, äh, nicht gut. Ich hab keine Ahnung, woran das gerade liegt. Oh, oh. Eigentlich, äh... So. Okay, er bekommt wahrscheinlich immer noch so schnell, dass er gar nicht mehr klarkommt. Er ist offline, gibt auch gar nichts ab. Stimmt, eigentlich musst du ja auch noch an... ...Dings abgeben, ne? Ja, ja. Ja, wie machen wir denn? So, ähm... Da unten sind gleich keine Fackeln mehr. Da ist jetzt... ...Zappen-Duster gleich da unten. Nein! Hast du ein paar Fackeln bei? Warte, ich guck gerade. Ähm... Nö. Okay, dann hol ich mal eben schnell, welche, wa? Ja, bevor... Äh, ME war jetzt an, ne? Ja. Ja, das läuft. Ach, gut. Was? Wird ja immer lauter hier, ey. In dem Portalraum. Brrrr. So, was wollte ich jetzt holen? Äh, ach ja, Torches, ne? Torch, hier. Oder irgendwelche anderen Lampen? Okay, Leute, ich glaub, ich, äh, mach meine Aufnahme mal aus, weil so kann ich eben nicht mehr wirklich zocken. Ja, Folge ist jetzt eh zu Ende, Sebastian. Also so ist es nicht. Na gut, dann ist das ja perfekt. Deshalb verabschieden wir uns jetzt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.